Als Warm-up, 200 Meter laufen, ihr macht 20 Shuttle Runs und wir laufen vorwärts hin, rückwärts zurück und berühren immer den Boden. Also vorwärts, rückwärts laufen bitte. Dann 20 Mountain Climber und 20 Hip-Tabs in Play. Die sehen so aus, dass wir im Hightech sind und hier die Hüfte mit gestreckten Armen. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Also drei Runden, 200 Meter laufen, fangen wir erstmal an. In 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, das war ganz schön scharf nicht heute. Ja, das reicht doch. Wieso, das reicht doch. Was heißt das? 10, 11, 12. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Es ist einfach mal mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzte Runde. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warte auf, warte auf. Ich mache noch ein bisschen weiter. Aber gefroren habt ihr nicht, weil ihr ja nichts anhat, oder? Ich hatte ja die Decke. Ja, sehr gut, wenn man nackt schläft, dann passiert das schon mal. Wollen wir die Susi aufklären? Ja, oder bitte? Ja. Susi will das gar nicht hören. Ja, doch, doch. Ich bin ganz oberig. Ich bin ganz oberig. Erzähl mal, Svenja. Ich habe vorhin gesagt, das ist ja noch nicht so lange her, dass ich Elida und Jochen das letzte Mal gesehen habe, weil wir die Nacht ja gestern zusammen verbracht haben und den Abend. Wir waren gestern Abend zusammen im Training und dann haben wir uns gerade wieder gesehen, bevor du gekommen bist, Susi. Und dann ging ihr auch ins Kopfkino mit ihm durch. Okay. Und dafür seid ihr aber schon wieder fit. Ich war richtig, richtig am Ende gestern. Ja, seid ihr echt schon fit. Respekt. Ich bin so fit, weil ich am Ende die Push-Press nicht gemacht habe. Nicht doppelt. Ja, die waren echt schlimm. Aber ich habe heute Morgen trotzdem Schulter. Ja. Und den Atten. Die ganze Woche war hart bisher. Eddie Late war noch so, ich komme nicht durch, ich komme nicht durch. Ich werde es bestimmt nicht schaffen. Bist du durchgekommen, Susi? Nein. 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 Ich bin gar nicht so gut angekommen. So. Dann baut mal eure Stationen auf. Burpee-Klimpzug. Wer nicht mehr weiß, was das ist, ihr könnt verziehen oder machen. Entweder ihr zieht euch strikt hoch oder ihr macht mit Kippen. Nee, ich zeige mal gerade ein. Hörpige. Stange. Ich versuche, ihn mal gleich hochzuziehen. Die Stange sollte so hoch sein, dass es sie nicht greifen kann direkt vom Boden. Dann wäre es gut. So, bei dir, Edelette, du hast ja nur eine Höhe, glaube ich, gell? Ja. Wir haben das ja schon mal gemacht. Zeig mal, mach mal bitte einen. Also, ich muss näher ran. Und Svenja, geht mal rein. Ja, ich muss jetzt einmal von dir wissen, Jochen, möchtest du, dass ich ins Treppenhaus gehe? Oder kann ich ja auch Shuffle machen? Weil je nachdem, muss ich mich logistisch koordinieren, aufbauen. Deine Shuttle Runs, bei dir ist es ja total zuständig, die Susi und ich, wir gehen 200 Meter laufen und ihr beide, ihr dürft Shuttle Runs machen. Alles klar, dann baue ich mal. Aber mit unseren 20 Shuttle Runs sind wir deutlich schneller, ne? Also, ich habe eben genauso lange gebraucht, wie Jochen zum Laufen. Ich war immer wieder, in der ersten Runde war ich genau wieder da, wo Jochen auch zurück war. Aber bei mir, dann geht es hin von der Strecke. Ich unterstelle dir jetzt Susi ganz bösartig, dir ist einfach zu kalt rauszugehen. Ich gehe raus. Ich habe keine Lust mehr auf Sickerei. Du bist ein bisschen Mimi geworden, gell? Ich gehe doch raus, Digga. Gut, brav. Nee, wirklich, weil echtes Laufen ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, aber ich habe hier ein paar Hindernisse im Hof. Aber gut. Okay, okay. Susi, du musst ja nur zwei Minuten weg sein. Nee, eine. Oder eine Minute. Du musst ja nur eine Minute weg sein. Das ist für mich gar kein Problem. Ja, also. Gar nicht drüber nachdenken, Susi. Einfach eine Minute weg sein. In einer Minute hat er eine Zigarette geraucht. Oh, nee, also. So wollte ich ja noch nicht. Lauf einfach bis zur Tür, bis zum Tor und wieder zurück. Aufspitzen. Wir machen jetzt eine Testrunde mit 200 Meter Lauf und fünf Burpee-Pull-Ups. Sehr privat, ich muss die Schuhe anziehen. Warte mal, lass mich mal eben ein bisschen, einmal ziehen hier oben. Machst du strikter? Ja, ich springe durch. Guck mal, ich springe ran und dann springe ich hier durch. Also ich mache mehr oder weniger strikt, ja. Weil durch den Sprung, durch das Hochspringen habe ich ja schon ein bisschen Schwung. Brauche nur noch von hier ziehen sozusagen, ja. Okay, und ich mache Burpee und Kipping. Zeig du mal bei dir, wie weit, kannst die Kamera kurz ein bisschen höher machen? Ich will mal sehen, wie weit deine Hand von der Stange weg ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das machen soll. Ich ziehe dich schon immer weiter weg. Ein paar Papiere drunter. Achso, ist das kein Laptop? Nee, diesmal wieder, der Tablet geht wieder. Oh ja, okay, reicht schon, reicht schon, jawohl. So, jetzt machen wir... Was willst du jetzt? Achso, Burpee oder was? Burpee? So, jetzt bleib mal stehen, Susi, mach mal die Arme gerade. Unter der Stange kannst du hier... Wie weit ist das weg? Zehn Zentimeter? Äh, ja. Ja. Also ich habe extra die kleinere genommen, damit ich nicht so hoch springen muss. Ja, genau, das ist auch wichtig. Aber noch eine niedrige gibt es nicht, oder? Nee. Ja, die ist dann zu niedrig. Da kann ich dann... Die ist dann zu niedrig. Kann ich ja nur noch strikt machen. Dann bleib bei der, dann bleib bei der. Okay. Also, ihr Lieben, dann machen wir es so. Und ihr guckt bitte auf eure Laufzeit. Wann seid ihr nach dem Laufen wieder drin? Und wie lange habt ihr für die fünf Burpee-Pull-Ups gebraucht? Ja? Fünf. Alles klar? Ja. Bette, bist du dabei? Ja. Ich gehe schon mal hoch an die Haustür. Ich hole dich jetzt nur rein. Ich mache zehn Sekunden, damit ihr mich... Ich muss euch ein bisschen einstellen. Angeschwitzt und mit Jagd ist es zu heiß, ohne Herdbe zu kalt. Jetzt gehe ich rein. So, zehn Sekunden laufen. Gibt das noch? Okay. Okay. join. Okay. proved. Ist das nicht schön, installationern. Dann gehen wir nach. Join. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Minute 18. Ja, ja. Okay, ich war bei 1,24. Svenja? Muss 1,30 gewesen sein. Jawohl. Und Susi war bei 1,44, habe ich gesehen. Okay. Also, du warst jetzt aber draußen da, oder? Ja. Adelaide, du hörst mich? Ja, ja, ich war jetzt draußen, genau. Du warst draußen. Pass auf, bei dir, glaube ich, mach nochmal bitte einen Burpee Pull-Up, dass ich nochmal sehe. Boah, ich bin schon fertig. Ja, okay. Also, ich glaube, dass die bedeuten, leichter sind. Reicht schon, reicht schon, reicht schon. Weil du halt nicht so aus dem Totpunkt rausziehen musst, wie Susi oder ich, ja? Ja. Würde ich bei dir mal 13 machen. Du machst einfach 13 pro Runde, ja? Okay. Dann bremsen wir dich so ein bisschen ein. Und bei Svenja und Susi lassen wir es so. Bei Svenja, du hast gemacht die 5 Burpees und dann die 5 Ringrows, oder? Ja, genau. Genau, dann passt das. Und Susi muss sich einfach ein bisschen sputen. So. Ja gut, es sind ja wie viele Runden? 10. Okay. Also, 100 Pull-Up. Ja. Richtig. Adelaide ist wieder nach 10 Minuten fertig. Diesmal nur 8. Das beeilt mich. Okay, passt mal auf, nach der Armmuskulatur wird das schon garf, ja? Also, auch ich werde langsamer werden. Das wird schon heftig werden, aber deswegen noch 21 Minuten. Wer vorher fertig ist, macht dann einfach auch von hier eine Pistels, ja? Deswegen da auch mal zwei Minuten für den Fall, dass wir noch in die Verlegenheit kommen, Pistels machen zu müssen. Jetzt gleich mal ein paar probieren, bitte. War warm genug sollte man eigentlich sein. Ja, genau, das wäre ja. Wird doch immer besser, super. Jawohl, okay. Gut, dann nehmt euch was zu schreiben bereit, dass ihr auch nicht durcheinander kommt mit den 10 Runden. Handtuch bereit hat, nochmals zurück aus der Pulle. Das wird ein Spaß, ich habe die Rasenmäher vor der Haustür. Ja, mach mal schöne Musik, bitte. Schöne Musik. So, sie möchte schön leiden. Genau, schöne, schöne, kuschelige Musik. Nicht vom Bruno. Genau. Dann schlafe ich eins. Nicht ganz so schön. Ich bin müde, Musik. Oh ja, ich bin müde, stimmt. Das war noch dieses Neubodische Zeug da. Aber jetzt ist es nicht. Aber das hier ist jetzt ein richtiger Hüftschwinger. Lautstärke ist laut genug? Ja, aber wir sehen jetzt nicht. Wenn wir uns nicht so keuchen. Also das war jetzt die Spielliste von der Ribana, die ist in Crossfit Passau. Da kann es sein, dass dein Lieblingslied vorkommt, Svenja. Dann einfach kurz kotzen gehen. Ja. Neustarten. Ribana, mit der muss ich dann mal sprechen. Dieses eine Lieblingslöschen. Okay, dann haben wir auch die Spiellsinkler anziehen und dann haben wir keine Ausreden mehr. Dann müssen wir echt los sein. Du musst dann bitte den Timer dann auch nochmal neu starten. Es wird immer wärmer, nur ein Trost. Ja. Durch deine Bewegung und einmal durchs Wetter an sich. Weil jetzt kommt hier die Sonne raus. Wie sind bei euch? Bei uns ist es auch schon Sonne. Das ist es. Aber bei mir scheint eh immer die Sonne. Bei mir auch. Aber hilf doch. Also selbst nachmach gesehen aus dem Arsch scheint sie dir. Ja. Da, hier. Oh mein Gott, das ist jetzt alles aufgenommen, ne? Ja. Kannst du nochmal hochscrollen ein Stück? Ich muss nochmal sehen, wie viel Zeit. 23. Okay ihr Lieben, jetzt wird's ernst. Die Musik startet zuerst und dann kommt die Zeit. Juhu. Ich wünsche euch viel Spaß. Juhu. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 » 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 «ZDF, 2020 »